Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin mit einem neuen angezockt, wie ihr eben am Bild gesehen habt, Mutant Football League. Ich weiß nicht, wer von euch noch kennt, es gab es damals schon auf der PS, ich weiß es nicht, ob es auf der PS3 gab, weiß ich nicht, aber ich habe es damals auf PS2 gespielt. Oder was, PS1? Ne, PS2. PS2 habe ich es gespielt, mit Kollegen zusammen, da war man sehr blutig und lustig, in einer gemütlichen Runde. Da habe ich gedacht, Mensch, das wäre da auch mal was. Ihr habt da auch gesehen, MFL, also Mutant Football League. Das war mal so genial. Destiny, Play Now, Online Game, Modus, Option. Ich habe mal die Musik runtergeschraubt. Ja, die Töne gehen eigentlich, würde ich sagen, ja so. So, dann gehen wir raus. Play Now. Trainingscamp. So, dann bin ich mal hier gespannt. Welcome to Trainingcamp, Rookie. In Football, there is a kickoff at the start of each half. Schön düster gemacht. Get ready to learn how to return a kickoff. Now pick your kick return play. Hmm, wir wollen. Es ist schade, dass das alles auf Englisch ist und nicht Deutsch. Hey, you can text your hot date later. Let's pick a player, alright? Aber die Spiele kamen in Deutschland wohl immer nicht so toll an. Oder kamen nur ganz der Hitten ab, Deutschland. Das nehmen wir. The opposing team will be kicking off to you. Let your return man catch the ball before taking control of him. And then run the ball off the field. Try and return the ball past the 25-yard line. Come on, let's go. Oh, schade, schade. Sorry, Leute, ich kann mich mit dem anlegen. Ich kann mich nicht mit dem anlegen. Run, okay. So, you want to learn how to run the football, huh? Well, no worries. Your Uncle Blitzro is going to show you the ropes. First thing you need to do is pick a formation. A formation determines which players come out of the field and how they line up on the line of scrimmage. Now, select a run play. Hey, I'm binging on Game of Bones. Take all the time. When the offense and defense come out on the field, they line up on the line of scrimmage. You see it? Alright, here comes the hard part. The offense gets four plays or downs to move the ball 10 yards down the field. And if successful, the offense gets another four downs. This is called a first down. Now, the yellow line shows where the ball needs to advance to to receive a first down. The ball is moved by running or passing. These are your basic run controls. The most important is your speed burst. Now, go get a first down by running the ball. Wow. That's not too bad. And you have three more downs to pick it up. Selective formation and play. I had to run. I thought, uh, I'll run. You have two more downs to pick it up the first. Don't forget to use your speed burst and break tackle moves. Just run. Just run. But I have to get it. First down and a set of four new downs. Great job. Now let's try to score a touchdown. And they are worth six points. Ah, shit. Just a minute ago. See, he's with the blood spots. Blood spots. Oh, shit. Oh scheiße! Wo kommt denn der da einfach angerannt? Und jetzt geht's mit der Ausstellung, die Offense get's to kick an extra point from the two-yard line worth one point or go for a two-point conversion worth two points. And welcome to the passing clinic rookie. Let's put that rocket arm of yours to use today. Pick your formation and let's get this started. Pick a pass play. On pass plays, the quarterback has three receiving options to throw to. A button corresponds to each receiver and there's also a button to throw the ball out of bounds. Now press your route button. These are the routes your receivers will run. Once the quarterback runs past the line of scrimmage, he can no longer pass and becomes a runner. Pass to the receiver with the large button icon. And it's first and ten. Pass to the receiver with the large button icon. Pass now. And it's first and ten. The button icon corresponds to the receiver we want you to pass to. So follow the rules of the passing. Some pleasure can not be delayed. Oh great catch. Now run it into the end zone and score a touchdown. You've scored. Great job rookie. Now let's try passing the ball against the defense. And it's first and ten. Pay attention now. Your quarterback's life depends on it. When playing against a defense, after the snap, move the quarterback back and away from the line of scrimmage and blitzing defenders. Let's try moving your quarterback away from whatever side the defensive pressure is coming from. This will buy you some extra time. Use your speed burst to avoid the rush. Find your open receiver quickly and then pass the ball. Okay, ready to try? Drive your team down the field and score a touchdown. Hab ich nicht. Hab doch gedrückt. Hab ich. Hab den Ball noch. Wollte ich doch gar nicht haben. Scheiße. Aber ich bin ein Stück weiter gekommen. Was denn? Ich hab gedrückt. Oh. Und Touchdown. Der war gut jetzt nach vorne gerand. Der war verdammt gut nach vorne rand. Okay, Rookie. Today we're gonna learn how to kick and punt. Kicking may not be the most exciting part of the game, but it's critical to winning games. Now the first thing you need to learn is how to kick a field goal, because they are worth points. Go ahead and select special teams. The special teams formation is where all kick and punt plays reside. Now select field goal. Now after the offense scores a touchdown, they can kick an extra point, which is basically a field goal from the two yard line and it's worth one point. When kicking make sure the kick direction arrow is pointed toward the goal post. Okay. This is the goal post. The ball needs to be kicked between the two goal posts to score. Now that's why I don't know where I'm going to do it. This is your kick meter. It determines how far your kick will go. The distance indicator on the meter shows you how far the goal post is from the kicker. About 17 yards back from the line of scrimmage. And most importantly, this is your kick meter. The higher the meter bar rises, the stronger the kick. You want to release the kick button when the meter bar is in the sweet spot. Now when you press the button to snap the ball, hold the button down and let the meter bar rise. Release when you want to kick when the meter bar starts to turn red. Okay. Let's try it. Nice. That was an extra point, which is worth one point. Now let's kick a field goal with the defense on the field. Oh. If they are out of range, they will punt. Now we'll learn about punting shortly. Hmm. When the ball is snapped, the defense is going to blitz. So kick quickly. Oh. Shit. That was too weak. Oh. Oh. Hey. Oh. I have to let it go. Oh. Come on. How could the bomb place to hit the right side? Oh. What? Oh. 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 Der wird nicht. Der wird nicht. Muss noch ein bisschen weiter nach links auch. Kann man so lassen. Ach Mensch, der ist wieder zu weit. Wie fahre ich denn noch? Ach. Oh, Mann. Oh, bitte, 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 yes. Boom, you nailed it. That kick was worth four points. Great job. Now, let's learn how to punt. Now, let's say instead of being on the opposing team's 30-yard line for that last field goal, you're on your own 30-yard line and it's fourth down and ten. There are three options for the offense. You could attempt to kick a field goal, but you're much too far away. You can't kick an 87-yard field goal. You could try to go for it, but if you don't pick up 10 yards and get a first down, the other team will get the ball on your 30-yard line in scoring position. Or you could punt the ball on fourth down. The purpose of the punt is to kick the ball far back into the opponent's territory, so they have a long way to go to score a touchdown. And it seems, punting is the best option. Press continue and pick special teams. Everything works the same as kicking a field goal, so this should be easy. Snap the ball when you're ready and try to punt the ball at least 30 yards. Not far enough. That's not far enough. Try and punt the ball at least 30 yards. Try it again. Come on. That's back. Now we have defense and then we have all of it. The quatsch is a bit of a bit of a bit. Ah, jetzt haben wir weiß. Oh, Quatsch dich doch aus. Oh, das nervt, wenn du Spiele hast, die grundsätzlich in Englisch sind, du die nicht lesen kannst und die Scheiße nicht mal überspringen kannst. Dass du aus dem Tutorial vernünftig lernen kannst. Oh Mensch, jetzt quatsch dich doch aus, du Idiot. Das erklärt er natürlich an das, was ich auch ganz toll verstehe, weil ich kann kein Englisch. Also bei so einem Spielen, wenn ich sowieso nicht verstehe, was die Idiot von mir will, warum kann man da nicht einfach mal eine Überspringen-Funktion einbauen? Überspringen? Warum? Ich will Blitzattacke. Stress. 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 Okay, die Offense ist zu schwer, und den Ball um den Ball in der Zoll und den Ball in der Zoll. Stab ihn und formst da einen Punt an 4th down. Und das wird 2nd und 4th in der Zoll. Nice tackle. They have only one more chance to pick up a first down. And that'll bring up third and one. And that's a first down. Not exactly what we were looking for. Let's try it again and blitz early and often. And it's first in ten. That's it. Now stop them again. Das geht mir auf den Sack. Ich verstehe sowieso nicht, weil die wollen nicht. Oh, die lernen ich schon im Spiel. Oh, das ist noch blockiert. Zombie-Sack. Jetzt ist die Auswahl schwer. Ich nehme die. Oh, hier oben haben wir auch noch. Das ist ein bisschen wie Raylas raus. Aber nein, 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 ich nehme die. Ich habe schon wieder Content-ID. Das Lied gehört garantiert wieder. Wenn ihr jetzt kein Lied hört, dann gab es Content-ID und den gab es rauslöschen lassen. Oh, der Helm sieht schon mal gut aus. Schwarz! Mit Stacheln. Management. Ich werde so jämmerlich versagen. Ah, das war damals auch noch mal mit, wo die Helme zusammengekommen sind. Totenkopf weiß ich jetzt gar nicht, ob der damals hoch war. Doch, doch, doch. Da kam auch die Helme zusammen und dann kam ein Totenkopf raus. Logisch, da hatte damals nicht so cool aus. Ah, hier kann ich wenigstens überspringen. Oh, scheiße. Ah, little big horn comes to mind. Wer bin ich denn jetzt überhaupt? Ich bin die Schwarz-Grünen, oder? Ich bin das schonjesin. Ich bin die Schwarz-Grünen-Meier zu drittät. Das war's. And it's first and ten. And they stack the line and he gets his bell rung for a yard. Second down and nine. And the defense was reading him like a book. Like it was written in braille, Grimm. And he sends him to the ground with an exclamation point. Well, that's a strange penalty call right there. I'm sad to notice that this ref likes talking and he don't make much sense. No, but he's making a lot of dollars. And it's first and ten. Ah, another interception. Easy, give this guy a pay check and everybody else come back home. Oh, that makes it another one. Yeah, you're gonna kill a ref. It's not murder if they have a cover, right? Take the head and do something about that ref, you pussy. First down and less than a yard. Second down and two. And another interception. This quarterback is gonna listen to Joy Division and Weak tonight. It helps. Believe me, Grimm. It helps. That, my friends, wasn't all pro. That, getting shes. Put into it. Shit. Dude, we're gonna put, you know, rock. Yeah. I'm gonna beat a second. Watch, come on guys, get with it. Attach him and kill him. Jeez. And it's first and ten. It's a jailbreak, and the defense jumps offside to kill the ref. Ho, ho, crowds loving it. Yeah. And it's first and ten. Oh Did they go 88 miles per hour? Just asking. And that's another pick. Man, oh man, if there were any functioning brain cells before that hit, they're gone now. He's gonna have the IQ of a rutabag after that hit. And it's first and ten. He was starting to go somewhere, but he gets stomped after three. They usually stomped me after three too. You know, the all-you-can-eat-for-faces? They're not as literal as you think. I can't... But they were still on the line. They were still on the ground game and pick up the first. Nicely done. And it's first and ten. And so at the end of the first quarter, we've got a scoreless game. Just like you love life. Oh, Mensch. Willst du mich verarschen? Oh, der will mich doch rollen hier. Oh, Mensch, ich hab ihn da nicht kommen noch durchs. Oh, ich hab ihn nicht. Die Steuerung ist doch... Achso, das war jetzt... Achso, das springt da. Oh, den haben wir ja nicht mehr. Shit. Also wenn ich jetzt natürlich Englisch können würde und wüsste jetzt nochmal mit dem Controller und so, dann wäre das ganz toll, weil dann... Orde-Grim ist ein... Zeit müsste auch bald vorbei sein. So. Das macht das. Da wirft er sich hin. Ach, scheiße. Oh, Alter, was ist das? Hä, was springt. Das ist ein, was es Sprechgeist hat. Die Fussi des Husses. Von Dürfen. Die Fussi. Ich habe den Ball geholfen. Ich habe den Ball geholfen. Der Defektor's war speed just kicked in! He's so fast, he can run a kick off our touchdown before the ball was even kicked! They stopped the clock, but they only have one timeout left. Ah, that's okay, Grimm. Thank you that nine. That's, uh, that's nice, Briggs. But our timeouts are for our sponsors, and we need money more than they do. The defense just called inaudible, and the QB is praying it's not a dirty trick. The kick is good! As expected, those are pretty much just Guineas. Good. Also, da muss ich definitiv nochmal das Tutorial und mir nochmal die Tasten durchgucken, weil das hat so keinen Arsch. Das macht aber megamäßig Spaß, und das hat damals schon Spaß gemacht, aber ich bin, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber ich bin der Meinung, damals war wenigstens das Menü und das erklären auf Deutsch. Also, das Audio nicht, aber der Untertitel und so war wenigstens in Deutsch. Bin ich der Meinung. Oder kann man das hier vielleicht noch aktivieren? Settings irgendwie? Nee. Nee, das geht leider nicht. Ich habe gedacht, man kann das vielleicht noch hier irgendwo. Hier vielleicht. Nee. Aber ihr könnt es, also damals gab es halt keinen Online-Modus. Den gibt es jetzt erst. Aber ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob es das in der PS3-Zeit auch gab. Das kann ich euch echt nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich es damals auf der PS2 gespielt habe, mit Martin zusammen und so. Das war richtig geil. Das hat nochmal richtig Spaß gehabt. Ich bin nicht der Football-Fan und nicht der Football-Spieler und allgemein, aber es hat Spaß gemacht mit Mutanten brutal aufeinander in einem Spiel. Es war einfach cool. Es war damals einfach geil. War auch eine andere Zeit. Es macht immer noch Spaß. Aber ich denke mal eher, wenn du nicht gegen Computer spielst, sondern gegen Freunde, dann macht es mehr Spaß oder online spielst. Und ich muss sowieso erstmal die Tastenkombination rausfinden. Ich muss mir nochmal das Tutorial machen, nochmal da genauer. Und dann halt mit Google-Übersetzer dran arbeiten. Dann würde ich jetzt hier auch erstmal Schluss machen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Aoi. Satt euer Odin.